Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute nenne ich euch sechs Vorteile, wieso ich das Samsung Galaxy Tab SX Lite fast jedem empfehlen kann, aber auch Gründe bzw. Nutzergruppen, die mit dem Tablet vielleicht eher weniger anfangen können. Viel Spaß! Grund Nummer eins, der S-Pen. Der S-Pen ist ein Stift fürs Galaxy Tab SX Lite und der Grund, wieso sich wohl die meisten für dieses Tablet interessieren. Der Stift ist eben kostenlos dabei und hat eine Taste, die die ein oder andere clevere Funktion mit sich bringt. Außerdem kann man so sehr präzise und schön auf dem Tablet schreiben. Grund Nummer zwei ist ein sehr attraktives Argument und zwar der Preis. Der Preis ist zwar UVP-mäßig bei ungefähr 380 Euro, was auch in meinen Augen kein schlechter Preis ist. Ich selber habe es für 350 Euro gekauft für ungefähr ein viertel Jahr. Aktuell sind die Preise aber stark gefallen und man kriegt sie beim Mediamarkt für ungefähr 280 Euro, habe ich gerade nachgeschlagen und bei Amazon aktuell für 244 Euro. Und wenn ihr die ein oder andere Preissuchmaschine anschmeißt, kriegt man es vielleicht sogar noch billiger. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr ja meinen Link unten in der Beschreibung nutzen. So kriege ich auch eine kleine Provision. Der dritte Grund, wieso das Samsung Galaxy Tab SX Lite auf jeden Fall eine Empfehlung ist, ist die ziemlich gute Akkulaufzeit. Speziell für Studenten wie mich oder auch für Schüler ist es wichtig, dass man mit dem Gerät über einen Tag kommt, der auch gut und gerne mal 6 Stunden, vielleicht sogar 8 Stunden Screen-On-Time ohne Laden benötigt. Und das ist mit dem Tablet möglich. In der normalen Benutzung habe ich das ein bisschen beobachtet und man kann so pauschal sagen, ungefähr eine Stunde Screen-On-Time-Nutzung, in der man zum Beispiel Samsung Notes verwendet oder Videos schaut, kosten ungefähr eine Stunde Akkulaufzeit. Und so sind großzügig gerechnet 10 Stunden vielleicht vorhanden, wenn man mit 100% in den Tag startet. Vielleicht sogar mehr, da bin ich mir nicht sicher, wie das ist, wenn man das Gerät in Energiesparmodus schaltet. Ich verwende es immer ungefähr bei mittlerer Helligkeit. Hier im Screenshot könnt ihr auch sehen, dass die Stand-by-Zeit von dem Gerät richtig gut ist und wenn es mehrere Tage auf dem Nachttisch liegt oder bei mir halt eben auf dem Schreibtisch, ist es auch kein Drama, denn dann ist die Akkulaufzeit immer noch nicht so stark erschöpft, dass man es nicht benutzen könnte. Und das Aufladen ist außerdem auch ziemlich schnell erledigt. Also ein wichtiger Punkt in meinen Augen. Der vierte Punkt auf meiner Liste ist für die meisten vermutlich nicht sonderlich relevant. Für mich ist es aber ein Riesenvorteil. Und zwar kann man Speicherkarten in das Tablet reinstecken, um quasi den Speicher zu erweitern. So kann man zum Beispiel Musik, Hörbücher oder Filme, die man zum Beispiel privat hat, auch immer auf dem Tablet dabei haben und muss sich keine Gedanken machen, dass der Speicher jemals voll wird. In meinem Fall habe ich glaube ich 400 oder 500 GB SD-Kartenspeicher auf dem Gerät und so muss ich mir wirklich keine Gedanken machen, dass das Gerät eigentlich irgendwann voll wird. Bei Geräten mit internen Speicher muss man immer darauf achten, dass man genügend internen Speicher nimmt, denn wenn man ihn nicht erweitern kann und er ist voll, dann beginnen die Probleme, die der ein oder andere von euch sicherlich schon mal mitbekommen hat. Ein weiterer Punkt, der natürlich auch sehr subjektiv ist, ist in meinen Augen das Design. Beim Galaxy Tab SX Lite ist das in meinen Augen super gelungen. Das Aluminiumgehäuse ist schön in der Hand und auch in der Hülle ist es nicht besonders schwer. Das Display hat sehr schmale Ränder und beim Schauen auf YouTube nutzt man fast den kompletten Bildschirm aus, wenn man Videos schaut, wegen dem Display-Format von 16 zu 10. Einige Tablets haben ja den Formfaktor 4 zu 3, da hat man oben und unten große schwarze Ränder. Beim Tab SX Lite fallen die allerdings nur sehr gering aus und mir ist das persönlich sehr positiv aufgefallen, als ich von meinem iPad auf das Galaxy Tab SX Lite umgestiegen bin. Der sechste und letzte Punkt auf meiner Liste ist etwas, das in anderen Videos sehr stark diskutiert wird. Und zwar die Performance und das Display. Ich fasse das zusammen, denn im Großen und Ganzen finde ich, dass in diesem Preisbereich die Performance vollkommen klar geht. Es läuft generell recht flüssig die Bedienung. Wenn man eine PDF lädt, die etwas größer ist, dann dauert es manchmal einen Moment. Apps öffnen auch nicht ganz so schnell wie bei meinem Samsung Galaxy S10e, was vor zwei Jahren ein High-End-Gerät war, aber trotzdem schnell genug, dass ich es jetzt nicht als störend empfinde. Und auch das Display ist an sich ganz ordentlich, es ist auch ausreichend scharf. Aber wenn man es natürlich mit Geräten höherer Preisbereiche vergleicht, könnte man dann nochmal eine Schippe drauflegen, was Kontraste angeht und schärfet, denn es ist ein Full-HD-Display. Dementsprechend ist es nicht so topscharf wie zum Beispiel ein iPad Air-Display. Jedoch finde ich, dass speziell für diesen Preis trotzdem ein super Gesamtpaket geboten wurde und die Performance und das Display in meinen Augen für die allermeisten Leute kein Ausschlusskriterium sein sollten. Also dementsprechend auch Daumen hoch. Nachdem ich nun aber eine Menge Vorteile genannt habe, die für mich ausschlaggebend waren zum Kauf, muss man aber auch mal die andere Seite sehen, und zwar die Leute, für die das Tablet nicht unbedingt etwas ist. Ganz voran wären zum Beispiel Leute, die schon stark im Apple-Universum investiert sind, die also ein iPhone haben, ein MacBook oder ähnliches und dementsprechend auch im Mac-Universum bleiben möchten. Denn ganz klar ist, dass ein Samsung Galaxy S Tablet ein Samsung-Gerät ist und dementsprechend werden die meisten Apple-Nutzer besser fahren, wenn sie sich ein iPad oder ein iPad Air holen. Auch wenn das Tab SX-Lite ein sehr gutes Gerät ist, denn die Einbindung ins Mac-System mit einem iPad ist natürlich wesentlich angenehmer als mit einem Android-Gerät. Das darf man nicht vergessen. Außerdem gibt es Leute, die mit dem Tablet professionell arbeiten wollen. Das heißt, die wollen mit dem Tablet Videos schneiden, die wollen auf dem Tablet Bilder bearbeiten oder aber Gaming betreiben in einem richtig anspruchsvollen Bereich. Hierfür kann ich generell eher zum iPad Air raten, wenn man ein Apple-Gerät möchte oder zum Samsung Galaxy Tab S7. Das sind beide sehr leistungsfähige Geräte, haben tolle Displays und sind auch für den professionellen Einsatz geeignet. Das Galaxy Tab SX-Lite richtet sich eher an den Konsumer, der vor allem mit dem Stift auf dem Tablet schreiben möchte, Medien konsumieren möchte, also YouTube, Browsen und Co. und ein paar andere Apps. Gaming geht mit dem Tablet auch in gewisser Weise, jedoch habe ich das nicht sehr getestet. Spiele wie Asphalt 8 laufen auf dem Gerät problemlos, aber ich weiß nicht, wie es mit anderen Spielen ausschaut, aber generell denke ich, dass das Gerät sich nicht an Game richtet, sondern eher an Leute, die damit Medien konsumieren möchten oder eben mit dem Stift arbeiten wollen. Ein exotischerer Punkt ist noch, das Gerät ist nichts für Leute, die oft hohe Datenraten übertragen müssen, denn das Gerät hat nur einen USB 2.0-Port. Was bedeutet das? Na ja, gegenüber den meisten Geräten, die vor allem auch teurer sind, ist die Datenrate begrenzt, also die Geschwindigkeit, mit denen man Daten von anderen Geräten wie einem Laptop auf das Tablet übertragen will, aber auch die Geschwindigkeit, mit denen man Bilder vom Tablet auf den Laptop überträgt. Für mich selber ist das kein Problem. Ich habe zum Beispiel zum Übertragen von einer Serie, die ich auf meinem Rechner habe, einfach das Gerät angesteckt, dann hat es eine Stunde gedauert und es war fertig. Aber wenn man oft große Datenraten von A nach B schiebt, sollte man sich vielleicht besser nach einem anderen Gerät umschauen. Außerdem ist USB 2.0 beim Galaxy Tab S6 Lite nicht HDMI-kompatibel. Das heißt, ihr könnt das Gerät auch nicht am Fernseher anschließen und so das Bild übertragen, was, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise bei USB 3.0 möglich ist. Und der allerletzte Punkt, wieso das Galaxy Tab S6 Lite vielleicht nicht für dich ist, ist, wenn du kein Gerät mit Stift brauchst. Generell muss man nämlich sagen, das Galaxy Tab S6 Lite richtet sich vor allem an Leute, die das Gerät mit einem Stift nutzen wollen. Der ist kostenlos dabei und ist auch super. Aber wenn man keinen Stift möchte oder braucht, hat man auch eine riesige andere Auswahl, sowohl im Apple- als auch im Android-Lager. Und dementsprechend würde ich euch raten, euch da einfach mal schlau zu machen, euch nach einem anderen Tablet umzuschauen. Für einen Preis von 250 Euro, wie es momentan der Fall ist, kann man es natürlich auch Leuten empfehlen, die es nicht mit Stift nutzen wollen. Aber wenn man zum Beispiel aus dem Samsung-Lager das Galaxy Tab S5e anschaut, hat es nochmal ein schöneres Display und mehr Performance. Und Leute, die zum Beispiel Spiele darauf spielen wollen, werden damit wesentlich glücklicher werden. Also in meinen Augen richtet sich das Tab S6 Lite vor allem an Leute, die es mit einem Stift verwenden wollen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und falls ihr noch Anmerkungen zum Video habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren unten reinschreiben. Die anderen sind bestimmt daran interessiert, was auch noch andere darüber denken und nicht nur das, was ich denke. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.